Norddeutscher Rundfunk 2021 Wow! Oh! Er hat Wasserkräfte! Guck hin! Mach's an! Na, mach schon! Was hat der vor? Er will dem anderen Jungen zeigen, was er kann! Mach doch irgendwas! Ich konnte es lenken, dass es um die Kurve geht! Deswegen hast du mich vom Essen weggeholt? Du hast einen Fischschwanz! Ich sag ja, mit mir ist was passiert! Guck hier! Schau nach oben! Ich kann Fußabdrücke machen! Das ist so schlimm! Das ist widerlich! Wir haben doch jetzt bitte nicht immer diese Stelzen an uns! Sobald wir Wasser berühren, haben wir unsere Fischschwänze wieder! Beine haben wir nur auf dem Trockenen! Also dann gehen wir an Land und schnappen uns den Jungen und dann ist das Thema erledigt! Dann müssen wir es noch dem Schwarm erzählen und dann ist alles wieder so wie früher! Aber so können wir ganz sicher nicht an Land gehen! Wir betreten jetzt eine Welt voller Chaos und Gefahr! Folgt mir einfach! Und echt! Woah! Woah! Oh, come on!